Änderungen bei der Linie 3 am Wochenende. In der Thorgau-Straße wird die Straßenbahn Linie 3 wegen Gleisbauarbeiten statt auswärts ab Haltestelle Portetzer Allee verkehren. In Richtung Taucher werden Ersatzbusse eingesetzt, welche in der Wodanstraße abfahren. Als Endhaltestelle fährt die Linie 3 Paunsdorf Nord und Sommerfeld an. Bei Gleisbauarbeiten soll eine Endweiche an neuer Stelle eingebaut werden. Damit erweitert man den eingleisigen Abschnitt von der Autobahnbrücke bis ca. 200 Meter vor der Haltestelle Portetzer Allee. Ziel ist es, für den Bau der stadteinwärtigen Fahrbahn der B87 den nötigen Raum zu schaffen.